Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town. Die besten Cowboys haben sich versammelt, um gegenseitig, äh, ja, Mord zu betreiben. Die Stimme ist so tief. Mit dabei zeige ich ganz kurz mal der Dalukat, der Mikkel, der Dadosch, der Krenz, der Marvzockt, Wolfskin und DJ. Willkommen. Moin Moin. Howdy. 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 Inno. Bin bei Dado. Inno. Ich bin Inno-Trader. Der auch immer gesagt hat, er ist bei mir, wieso sehe ich den nicht? Ah, jetzt. Okay. Das ist der Trick an der Sache. Es ist so dunkel. Ich bin bei Dado. Das ist eine dunkle Kirche. Oh, Zolz habe ich Damage bekommen. Scheiße. Innozent. Innozent. Das ist doch ein schlechter Scherz. Der hat die Kirche angefühlt mit der Sack. Ja, das ist eine Holzkirche. Die brennt, wenn ich reingehe. Mikkel ist wieder da. Marv schießt auf mich. Marv schießt auf mich. Ich habe noch 73. Er hat eine Scout. Hat das noch wer gesehen? Kann das wer bestätigen? Ja, Mikkel ist Detective. Der hat es gesagt. So, Mikkel ist. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Dado ist er mich beschossen. Wer ist das Mikkel? Äh, Marv. Marv. Ich bin bei Grant. Hier ist DJ. Wer war das? Ne, das war Minyas. Marv ist irgendwo hier im Haus. Dado ist es drin. Oh, das tiefe Sprechen hat gerade mein Hals ein bisschen verkratzt. Hier war es drin. In dem Raum. Er ist abgehauen. Wo ist er denn? In welchem Raum? Gefängnis oder was? Ja, beim... Oh, ich habe nicht ganz oben. Ich habe nicht mal eine Waffe. Das ist echt doof. Hier im Haus oder wo. Aber ich komme von hier und hier ist er mir nicht entgegengekommen. Das heißt... Einer ist auf dem Dach. Wer ist das? Ja, Dado ist auf dem anderen Dach. DJ ist das. Achso. Und in welchem ist Marv beim Gefängnis oder wo? Er war genau beim... Oh, DJ ist hier. Ah, ich bin hier oben. Da ist der... Wo, wo, wo? Wo? Hä? Ne, das ist doch das Grenz. Ich bin jetzt auf dem Dach. Da ist Dado. Ey, die Karte ruckelt mega ab bei mir. Ey, das ist voll Kacke. Das ist voll Frames-mäßig. Das ist ziemlich scheiße hier. Ja, bei mir ruckelt es auch heftig. Ja, ein bisschen. 24 Frames habe ich. Ähm, der... Ne, ich werde beschossen von links. Irgendeine Art von links beschossen. Da ist ein Scout. Auf dem gegenüberliegenden Haus hier von mir aus gesehen. Moment. Ich glaube, das war ein Scout. Dado, wie lange bist du schon hier auf dem Dach? Eben gerade. Da ist nämlich Blut und... Ja, genau. Und da wurde ich angeschossen. Hier unter dir. Genau unter dir war Marv. Und hat mit einem Scout da auf mich geschossen. Deswegen habe ich noch 73. Da schießt schon wieder jemand. Ja, aber wo denn? Ich weiß es nicht. Hinter dem Schild ist einer des Miniers. Marv ist bestimmt da, wo er eben auch war. Ja, im Moment. Ist Marv vielleicht schon tot oder was? Ich stehe Dado. Nein, alle lesen noch. Aber es gibt doch gar keine Geheimgänge. Hier ist auch Blut im Haus. Mikkel, kauf da doch mal ein Radar. Ja, das ist echt so. Wo ist Marv? Ich sehe Marv. Mikkel ist tot. Mikkel ist tot. Der wird gescoutet. Ähm, ich glaube... Oh shit. Von Dado? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Ich glaube es war Dado, weil Dado hat ihn geraten... Ja natürlich, ist ja auch praktisch, wenn ihr Marv alle sucht. Damit er stehen bleibt. Mikkel hat in dem Part davor gehört, dass man dieses Kaufmonie auch öffnen kann im Laufen. Also ich glaube es ist Dado. Dado ist bei mir. Er hat hier die Leiche erschossen. Leiche erschossen? Schender. Oben ist einer DJ, hier oben ist einer, Vorsicht. Der Detective wurde von Dado erschossen, ich habe es gesehen. So ein Bullshit. Ja, bist du sicher, aber nicht? Es ist Dado. Relativ, weil ich habe die von hinten hier beide auf dem Dach gesehen und auf einmal war der Detektiv tot. Ja, ich habe doch gedacht, er hat Dado erschossen. Ja, also Dado. Alter, es ist Dado. Dann ist Dado vielleicht der Traitor. Es ist Dado. Okay, wo ist Dado? Ich erschieße ihn. Ich erschieße ihn, wenn ich ihn sehe. Ja. Hier ist Dado. Okay, wieso hast du die ganze Zeit nicht geredet? Gramps hat die ganze Zeit nicht geredet, ich dachte auch, er ist tot. Von Marv erschossen am Anfang. Also Gramps und Dado. Das ist jetzt echt... Oh shit, ey, war es Gramps oder was? Oh mein Gott, ey. Okay, Wolfskin ist hier und dann haben wir noch DJ. Oh, die beiden lieben doch ich da hier. Gramps ist auch nicht schlecht als Traitor, das wisst ihr. Ja. Sonne ist Dado. Ihr solltet... Das Gramps, der ist ganz... Ja, ich werde beschossen. Ich bin auf dem Klo, ich habe gespült. Wolfskin ist tot. Ja, und Gramps und... Ja, Gramps und Wolfskin haben sich gerade gebettelt. Nein. Du hast doch gerade gesagt, du wurdest beschossen. Ja, aber ich habe nicht zurückgeschossen. Und Wolfskin ist gestorben dann. Dann war es DJ. Nein, nein, nein. Ich war mit auf dem Dach. Wer auch immer da gerade oben ist, hat das nicht gesehen. Dann schießt auf Gramps, wenn ihr ihn seht. Okay, warte, ich komme zu dir zurück, Dado. Da kannst du mir auch knallen. Oh, jetzt... Das ist richtig mies. Komm, Gramps ist richtig scheiß Traitor, ey. Oder DJ, hau von den Gebotern. Also scheiß in dem Sinne von gut. Hier, DJ, hinter dir. Knall mich ab. Können wir eher vorstellen, dass es Dado ist. Ich vertraue dem nicht. Ja, keiner vertraut mir. Ja, weil es grundsätzlich falsch ist, dir zu vertrauen. Ja, und bei Gramps ist es grundsätzlich richtig, weil da so ein netter Typ ist. Gramps, geh du mal vor. Ja, kann ich machen. Intrigen hier. Wie bei einer schlechten Soap. Ich finde das auch kacke, Heser. Er hat grundsätzlich auf mich eingestellt. Ja, woran das wohl nie mag. Ja, das ist merkwürdig. Ja, ich meine grundsätzlich. Es ist ja egal, was ich bin. Eigentlich ist meine Rolle egal. Ich könnte auch da lokal sein. Hier, vorsichtig, ich komme wieder zurück. Hier, vorsichtig, ich komme wieder zurück. Ich bin der Meister Traitor. Es kann... Passt auf, Leute. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube ich nicht, Minyas glaube ich auch nicht. DJ, wo bist du hin? Ich bin jetzt runter. Weil hier wurde gerade geschossen, ne? Glaub, es ist... Wo? Ich werde abgeknallt. Wer hat mich gerade abgeknallt? Es ist... Minyas ist es nicht, ne... Wo ist denn der? Irgendjemand hat mich gerade abgeknallt. Ich habe es aber auch gehört diesmal. Ja, klar. Ja, nein. Das erste Mal habe ich zum Beispiel nicht gehört, den ersten Kill. Der muss sich euch einfach glauben, was ihr sagt. Da oben aus dem Haus... Irgendjemand schießt, ja, ich sehe es, aber ich sehe nicht, wer es ist. Ich gehe jetzt oben rein. Gebt mir Feuerschutz. In welchem Haus, Minyas? Mh. Da, Anu, ist es... Ja, okay. In welchem Haus? Scheiße. Wo? Weiter drüben. Hier ist Minyas, okay. Grenz hier hoch. Hier? Im ersten Stock. Ja. Okay. Bei dem Gefängnis? Grenz, bei mir. Grenz, 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 Grenz. Nein, wer da oben. Ein... Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, außerdem ruckelt das hier total bei mir. Da unten ist jemand drin. Da draußen auf der Straße bist du los, Dadurch? Ja, das bin ich, das bin... Dadurch schießt. Oben im ersten Stock. Dadurch schießt. Oben im ersten Stock. Shotgun. Da ist jemand gestorben, glaube ich. Minyas, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Oh, hier. Der Dings schießt. Oh, jetzt habe ich... Sechs Punkte habe ich noch. Ich habe es nicht gesehen. Schönes Ding. Nice. Alter. Ich habe es doch gesagt. Deswegen hast du gesagt, er soll ein Radar kaufen, oder? Ja, ja. Ich habe auf Mikkel gezielt, aber er ist nie stehen geblieben. Und dann, ja, das ist eine gute Idee. Und dann wollte ich endlich abdrücken. Ich habe mir so in die Faust gebissen. Wow, ich habe noch einige von euch mitgenommen. Der kam mir schon bei der Aktion Verdächtig vor, als Grenz gesagt hat, dass er abgeschossen wird und dann einer gestorben ist, wo Dadurch hat direkt darauf hingewiesen hat. Ja, das habe ich auch schön direkt genutzt. Ich kann hier eh nicht richtig zielen, ist das Problem. Das Problem war aber, dass Grenz die ganze Zeit ruhig war und danach plötzlich... Ja, ja, das fand ich sehr verdächtig. Fand ich sehr verdächtig von Grenz. Ma, was war das am Anfang? Warum bist du sofort aufgeflogen? Ja, ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, ich glaube, es sieht nicht keiner, wo ich gewesen bin. Dadurch war hier bei mir, falls er... Ja, ich bin immer noch hier, ich bin immer noch in der Gäude. Du hättest mich wiederbeleben können. Ich habe deine Leiche nicht gefunden, ich bin hier aus dem... Ach, da ist auch eine Tür. Okay. Ich bin aus dem Greifel. Dalo ist bei mir, Dalo ist bei mir. Hey, hey, was du das, Minas? Nein, ich war's nicht. Minas hat auch nicht geschossen, hast du das gesehen? Ich habe meinen Shotgun, du wirst sehen, ich habe nicht einen Schuss verbraucht. DJ, hast du das mit der Shotgun gehört? Ich habe einen Schuss gehört, aber ich weiß nicht, ob das eine Shotgun ist. DJ, ich war's nicht, DJ, ich war's nicht. Ma, frenn mir knapp hinterher. DJ ist bei mir, DJ ist bei mir, wenn ich sterbe bin, ist er es. Wer ist ein Detective überhaupt? Oh, das ruckelt aber teilweise. Ja, ja. Teilweise bei mir ist es dir, Show, ey. So schlimm ist es bei mir nicht, ich habe so 25 FPS. Ja, mein Rechner ist auch schon älter. Dann machen wir hier so einen 20-Minuten-Part, so 5 Minuten, dann wegzuhören. Ich bin in den Stall. Oh, da, ich sehe euch alle. Jetzt, okay. Das ist mir zu eng, wenn die, die alle da unten rauskriegen. Ja, genau. Soll ich mal wieder einen Random-Kill provozieren? Nix. Oh, wer schießt, wer schießt. Wer schießt. Das sehen wir gleich. Wer hat geschossen? Das war eine automatische Waffe. Der ist hier drinne. Ich ziehe jetzt auf die Tür. Wo ist denn, wo bist du überhaupt? Marv ist hier. Marv ist hier. Marv ist hier bei mir. Marv ist hier bei mir. Ja, ich will ja auch hier raus, aber das Fenster ist voll von mir. Was sieht Marv denn aus, ey? Und durch die Tür hier rein. Also Marv hat eben geschossen. Dalu. Wer ist das? Das Fenster kaputt geschossen. Hier, schau mal. Da bin ich durchgesprungen. Ja, und vorher hast du oben Rambazamba gemacht. Nee. Mit deiner Para. Na klar. Nee. Lügt mich nicht an. Nur Traitor liegen. Und Dalu. Ich wurde gesnipert. Ich hab Dalu einfach geschossen. Hm, auf einen Unfall, auf einen Innocent. Bin ich. Ich bin's nicht. So Leute, jetzt beruhig. Bin ich, hat er gesagt aus Versehen. Ich bin, ja. Weil er so schlechter Hüttner ist. Dalu ist so auf dem Dach. Oh, was war denn das? Oh, eine Brandbombe. Du wärst schon lange tot gewesen. Ja, ja. Da hättest du nicht gemacht. Also Mikkel ist sehr verdächtig, ja? Ja, ich würde gerne mal verdächtig sein können, quasi. Aber ich hab leider leider nie gemacht. Hier wurde wieder geschossen. War das Mikkel? Ich glaube, Mikkel war das. Nein, Mikkel war es nicht. DJ Dato. Mikkel Hickel mit dem. Ich glaube, ich bin bei DJ. Ich bin bei DJ. Wenn er schießt, er ist. Jeder könnte es sein. Dalu hat eine Granate geworben. Dalu war auf dem Dato und hat eine Granate geschmissen. Da kam gerade eine Granate. Hier ist wirklich. Ja, noch eine. Wer war? Das ist Dalu. War der dahinten? Oder? Irgendjemand ist hier auf dem Dach. Ich wurde gerade... Ich brenne. Wer zur Hölle war das? Das war jemand hier. Hier oben auf dem Dach ist niemand mehr. Ja, da oben. Ich bin doch extra hochgeknittert, um den zu erschießen. Der ist schon weg. Ich bin ein Lava-Backe, ey. Mikkel schießt auf mich. Ja, klar schießt auf mich. Mikkel, er zielt auf mich. Grenz ist bei mir. Grenz, 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 Grenz. Wenn die Stabe ist, ist Grenz. Marv. Marv. Hilf mir. Hau ab mit deiner Shotgun. Das ist doch keine Shotgun. Grenz zielt auf mich. Grenz ist sehr merkwürdig. Oh, hier DJ ist schon verwundet. Ja, weil ich... Er hat doch gerade gebrannt, hat er doch gesagt. Ja. Das war die Brennganate von Dach. Ihm brennt die Kimme vielleicht, aber mehr auch nicht. Ich finde die Map gar nicht so schlecht. Ich bin bei DJ, 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 DJ. Oh, Dalu ist tot. Oh, Dalu ist unexpected. Da oben ist Wolfskin drauf, aber er ist Detektiv. Da oben ist Wolfskin. Ich bin Detektiv. Grenz zu Minjas und hier auf der anderen Seite ist auch jemand. Damit muss Dalu jetzt... Minjas verfolgt mich mit der Shotgun die ganze Zeit. Ja, Entschuldigung. Ja, okay, ich gehe weg. Da kommt Mikkel. Hier ist Mikkel. Mikkel, Mikkel ist hier. Marv, zock, bis dahinten. Der ist hier. Der hat die Bank gefunden, Leute. Wer schießt denn? Ich habe die Bank gefunden. Hier, DJ schießt auf mich. DJ ist tot. Dardoch schießt auf mich. DJ ist tot. DJ ist tot. Ich untersuche ihn. Hier wird aber immer noch geschossen. Er ist nach oben. Ach, das bin ich. Auf dem Dach ist aber unser Detektiv. Hier ist Mikkel, Grenz. Okay, dann muss es jetzt Mikkel oder Minjas sein. Ich bin's nicht. Grenz ist es. Okay, jetzt wollen wir Minjas jetzt abknallen. Grenz ist es. Mikkel verfolgt mich. Minjas auch. Nein, zockt mich doch gar nicht. Das ist Minjas, verfolgt mich. Nee, ich bin unschuldig. Marv, wo bist du? Es wird geschossen. Minjas schießt auf Mikkel. Minjas schießt auf Mikkel. Er hat eine Shotgun. Der Mikkel hat auf mich geschossen. Das war ein Mikkel. Das Mikkel ist wahrnichts. Ich war nicht. Er hat auf zu schießen. Ihr seid ja wahnsinnig. Er war's. Ich habe ihn getötet. Er war's. Toll Mikkel, du Random Killer. Wir haben das extra verboten am Anfang. Naja, ich war mir sicher, dass du es warst, weil du dich da oben irgendwie aufgehalten hast. Immer wenn ich Granaten werfe, bin ich Inno. Was will man als Traitor für den Granaten? Warum machst du denn da noch auf dich aufmerksam? Wenn man es ein bisschen spannender ist. Ja, aber dann denken die Leute, dass du bist. Nein, du denkst das, dass ich jetzt bin. Ja, wenn dann der Einzige, der hier auch mal konsequent ist. Die Leute dann noch erschützt. Einfach erschützt. Ja, ich kenne das. Nicht die ganze Zeit lang rumreden oder warten, bist du halt wieder irgendwie erwischt in einem blöden Moment. Einfach mal jemanden töten. So ist es halt. Inno. Inno in 5, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Boah, geile Skins haben wir jetzt. Mexikaner oder so. Inno. Oh, zack. Guck mal, jetzt bin ich, auf der Map bin ich jetzt gar nicht mehr Traitor. Ich bin... Okay, Dana just Traitor. Dana just Traitor. Das wusste ich auch mal, dass es kommt. Mikkel ist schon wieder Detective, nur mal so. Ich bin bei DJ und Mikkel. Nicht, dass man das Offensichtliche noch mal sagen müsste, aber Mikkel ist Detective. Hey, hey!